Wieder einmal heiße ich alle YouTube-Zuschauer herzlich willkommen auf meinem Kanal bei Kufenau. Schön, dass du dieses Video angeklickt hast. Auslöser für das heutige Video war ein Kommentar eines Zuschauers unter dem Video, das ich über meine selbstgebauten Bahnsteigleuchten, also die hier, gemacht hatte. Die ich ja größtenteils mit dem 3D-Drucker hergestellt habe. Darin hat er beschrieben, dass er ja auch schon mit dem Gedanken gespielt hat, sich einem 3D-Drucker zuzulegen, er aber immer noch Fragen bezüglich der Druckqualität, der Materialstärke und der Passgenauigkeit hat, worauf er irgendwie nirgends so richtig eine Antwort bekommt. Und als ich dieses Kommentar gelesen hatte, wurde ich irgendwie nachdenklich. Denn eigentlich ist YouTube ja voll mit Videos über 3D-Druck und 3D-Drucker. Ich selbst hole mir ja schließlich die Tipps und Tricks aus solchen Videos. Darum habe ich dann nochmal etwas recherchiert und musste feststellen, ja, es gibt verdammt viele Videos, aber in fast allen, eigentlich in jedem, wird ausschließlich mit großen Skulpturen gearbeitet, die halt in sich ein großes Volumen besitzen. Zwar wird in diesen Videos immer auf den hohen Detaillierungsgrad eines Druckers hingewiesen, aber selten bestehen diese Objekte aus sehr dünnen Teilen oder aus Teilen, die eine sehr dünne Wandstärke haben. Auch die Klebeflächen oder Passflächen bei solchen Teilen sind dann meistens sehr, sehr groß. Da kommt es dann eben nicht auf einen Millimeter drauf an, bezüglich der Passgenauigkeit. Aber bei uns Modellbauern bzw. Modellbahnern ist das ja komplett anders. In der Regel haben wir es mit sehr kleinen Teilen zu tun, mit dazu noch einer sehr, sehr dünnen Wandstärke. Meistens sind unsere Teile ja nur ein paar Millimeter groß. Auch hier die Teile von meiner Bahnsteiglampe, die waren jetzt nicht besonders groß. Und wenn die Teile sehr klein sind, dann sind eben auch die Passflächen sehr klein. Macht ja Sinn. Und wie sieht eigentlich da das Ganze aus? Sind dafür die Drucker überhaupt geeignet? Und vor allem, welcher Druckertyp ist dafür geeignet? All das sind Fragen, auf die ich in diesen ganzen Videos auch nicht so wirklich eine Antwort gefunden habe. Darum heute dieses Video. Ich möchte euch in diesem Video jetzt nicht den Drucker XYZ zum 20.000. Mal vorstellen oder so, sondern eher auf die Vor- und Nachteile der jeweiligen Technik, des jeweiligen Druckers eingehen und euch zeigen, was möglich ist und für welche Teile die jeweilige Technik verwendet werden kann. Aber zuvor noch eine Aufgabe an euch da draußen. Mich würde interessieren, welche Erfahrung ihr gemacht habt. Schreibt mir es in die Kommentare. Auch wenn ihr etwas anders da seht wie ich oder wenn ich etwas vergessen habe, immer rein in die Kommentare. Und jetzt legen wir aber endlich los. Im Hobbybereich haben sich eigentlich diese zwei Drucker hier oder diese zwei Techniken durchgesetzt. Das ist zum einen das FDM-Verfahren oder auch einfach Filamentdrucker bezeichnet. Und zum anderen das SLA-Verfahren bzw. hier besser gesagt der Resinendrucker. Die zwei Druckertypen haben sich eigentlich im Hobbybereich so durchgesetzt für den Privatanwender. Jetzt ganz kurz mal ein paar Vor- und ein paar Nachteile von diesen ganzen Druckern. Ein Vorteil dieses Druckers ist, ihr habt eine riesige Auswahl an unterschiedlichen Materialien zum Drucken. Und dazu auch noch eine riesige Auswahl an unterschiedlichen Farben. Also ihr kriegt hier alles von PLA, PET, PLA+. Da gibt es wirklich mittlerweile wahnsinnig viele. Die kann ich jetzt gerade alle aufzählen. Bei diesem Drucker hier gibt es eigentlich nur ein Material, nämlich Resin. Kann man jetzt als Nachteil oder auch nicht sehen. Es gibt da natürlich auch nochmal Resine mit einer anderen Funktion. Es gibt auch Flex-Resine, wo dann die Teile flexibel bleiben. Es gibt Resine, die ich gerne verwende, die sind ABS-like. Weil das ABS-like Resin ist nicht so hart und dadurch ein bisschen flexibler. Was bei Antriebsteilen halt wirklich ein Vorteil ist. Aber auch normale Teile könnt ihr wunderbar mit dem ABS-like Resin drucken. Die brechen euch dann nicht so leicht. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Druckern ist, die Teile, die hier rauskommen, die könnt ihr eigentlich, wenn sie fertig sind, von der Druckplatte lösen und könnt sie dann gleich weiterverarbeiten. Ihr könnt die gleich anwenden sozusagen. Ist bei den Teilen, die hier rauskommen, definitiv nicht der Fall. Die Teile, die aus diesem Drucker rauskommen, die müssen erst noch ein bisschen aufwendiger nachbearbeitet werden. Das zeige ich euch weiter hinten dann noch in dem Video, was das heißt hier, die Nachbearbeitung der Bauteile. Und hier halt, ich kann eigentlich das Teil rausmachen, muss eventuell noch die eine oder andere Stützstruktur entfernen und kann die Teile aber dann direkt weiterverarbeiten. Ein gravierender Unterschied zwischen den beiden Druckern ist, dass aufgrund der Materialien, die hier verarbeitet werden, könnt ihr diesen FDM-Drucker theoretisch in eurer Wohnung betreiben. Die Geruchsbelastung von diesem Drucker hält sich wirklich in Grenzen. Die geht nahe null. Ich würde euch aber trotzdem empfehlen, naja, in der Wohnung hat eigentlich oder in einem Wohnraum hat so einen Drucker definitiv nichts zu suchen. Wenn, dann würde ich ihn höchstens im Hobbyraum betreiben. Das sieht bei diesem Drucker hier komplett anders aus. Das Resin, das hat wirklich einen ganz, ganz komischen, starken Geruch. Der riecht wirklich nicht gerade gut und man sollte diesen Geruch jetzt nicht unbedingt längere Zeit einatmen. Wie man das macht dann, wenn man mit dem Drucker arbeitet, kommen wir auch weiter hinten noch dazu. Auf jeden Fall, diesen Drucker könnt ihr definitiv nicht in einem Wohnraum betreiben und auch eigentlich nicht in einem Hobbyraum. Da braucht ihr eigentlich einen zusätzlichen Raum, einen separaten Raum dafür. Es würde natürlich theoretisch in einem Hobbyraum gehen, aber ich sage es euch gleich, in der Zeit, wo der Drucker dann in eurem Hobbyraum arbeitet, könnt ihr den Hobbyraum eigentlich nicht benutzen. Und auch danach, wenn der Drucker dann fertig ist, müsst ihr eigentlich den Raum erstmal gut durchlüften. Deshalb würde ich euch immer empfehlen, wenn ihr so einen Drucker habt, dann geht das Ganze nur in einem separaten Raum. Ich habe da zum Beispiel ein altes Badezimmer, das ich nicht mehr brauche. Habe ich jetzt halt umfunktioniert, wo jetzt mein Resinetrücker drin steht. Auch vom Stromverbrauch unterscheiden sich die beiden Drucker sehr stark. Ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz so relevant, aber auch in Zeiten von Energiekrise und immer weiter steigenden Energiepreisen ist es auch nicht ganz so von der Hand zu weisen. Also beim Stromverbrauch ist es definitiv so, dass diese Drucker einen wesentlich höheren Stromverbrauch wie diese Resinetrücker haben. Ist ja auch logisch. Ich meine, die Drucker hier arbeiten mit Temperatur, mit Heizung und eine Heizung, die braucht halt eben einfach Strom. Und deshalb liegt bei diesen Druckern der Stromverbrauch so zwischen 120 und 200 Watt. Das habe ich mal gemessen. Also da liegt bei diesen Druckern so der Stromverbrauch. Ich denke mal, wenn der Drucker eine größere Bauplattform hat, dann liegt er eher noch ein bisschen höher. Und bei diesen Druckern hier liegt der Stromverbrauch so bei 60 bis 80 Watt. Also können wir sagen, die Drucker brauchen ungefähr die Hälfte. Von denen hier. Dann auch noch ein wichtiger Punkt. Während ihr euch bei diesem Drucker nicht um irgendwelche Temperaturen kümmern müsst, weil eben die Platte wird geheizt und die Nossel wird beheizt. Da, wo das Material dann rauskommt, das wird alles beheizt. Und da könnt ihr den Drucker eigentlich in einem relativ kühlen Raum stellen. Dann funktioniert er trotzdem noch. Ist bei dem hier ein bisschen anders da, weil euer Resin Resin hat eigentlich eine optimale Verarbeitungstemperatur zwischen 20 und 25 Grad. Und da die Geräte halt keine eigenständige Heizung besitzen, wo dann das Teil Resin auf Temperatur bringen, müsst ihr halt gucken, dass euer Raum schon diese Raumtemperatur hat, damit euer Resin schon auf der Temperatur ist. Ja, also es ist auch nicht gerade ratsam, dann so ein Resin auf eine Heizung zu stellen. Würde ich jetzt dann auch nicht machen. Ich weiß nicht, wie das Resin dann da reagiert. Was definitiv auch nicht geht in dem Raum dann, dass ihr da so einen Elektroheizer, einen Elektrogebläseheizer reinstellt. Weil ihr werdet da später mit Chemikalien arbeiten, die leicht entflammbar sind. Und diese Chemikalien emittieren dann auch noch leicht entflammbare Dämpfe. Von daher kann ich euch davon nur abraten, in so einem Raum dann noch einen Elektroheizer, einen Elektrogebläseheizer zu betreiben. Ja, weil das ist dann nahezu Selbstmord. Aus dem Grund geht hier eigentlich nur ein Raum mit einer normalen Heizung oder halt mit so einer Raviatorheizung. Kommen wir jetzt aber zu den wichtigeren Themen, die ich ja eingangs angesprochen hatte. Die Druckqualität, der Ehrungsgrad und die Passgenauigkeit. Dazu habe ich jetzt mal den Resin-Drucker zur Seite gestellt. Denn als erstes gucken wir uns das Ganze beim FDM-Drucker an. Wenn wir uns über den Detaillierungsgrad unterhalten, dann ist dieser sehr stark von der Auflösung der einzelnen Achsen abhängig. Beziehungsweise von der Auflösung der X- und Y-Achse, wie es gern bezeichnet wird. Ja, also das hier ist, glaube ich, Y. Das hier wäre X- und natürlich von der Schichtstärke, sozusagen von der Auflösung der Z-Achse. Ja, von diesen drei Parametern ist quasi unser Detaillierungsgrad abhängig. Ist ja eigentlich ganz logisch, denn je feiner meine Achse auflöst, desto detaillierter kann am Ende mein Modell werden. Jetzt ist es bei diesen Druckern so, dass ich hier wirklich wahnsinnig viel im Internet recherchiert habe, um herauszukriegen, wie eigentlich die Auflösung der X- bzw. der Y-Achse ist. Und ich habe wirklich nichts Genaues gefunden. Das Einzige, was ich bei einem Drucker gefunden habe, war eine Auflösung von 0,0125 Millimeter in der X- und Y-Achse. Wobei ich den Wert ehrlich gesagt anzweifle. Ich glaube eher, dass dieser Wert wesentlich höher ist, wenn ich mir den Drucker hier so angucke. Heißt aber, habe ich ein Modell, das halt feinere Konturen hat, wie jetzt die eben genannte Auflösung. Ist mir eigentlich schon klar, dass ich das mit dem Drucker eigentlich gar nicht drucken kann, weil das kann der Drucker gar nicht herstellen. Genauso ist es natürlich auch bei der Schichtstärke. Die liegt bei diesen Druckern, ich blende euch die Werte auch immer nochmal im Video dann ein, also die Schichtstärke von diesen Druckern und es liegt eigentlich so bei 0,1 bis 0,3 Millimeter. Es gibt zwar auch Hersteller, die geben an, ihre Drucker können 0,05 Millimeter Schichtstärke. Sagen die von dem Drucker hier auch. Ich habe es selbst mal probiert. Also ehrlich gesagt, ich habe kein gescheites Modell damit hingebracht, mit dieser dünnen Auflösung. Bei 0,1 Millimeter, das funktioniert hier noch, wobei auch da schon, da muss ich wirklich extrem mit der Druckgeschwindigkeit runter, wenn ich so eine dünne Auflösung fahre. In der Regel arbeiten die Drucker am besten mit einer Schichtstärke von 0,2 bis 0,3 Millimeter. Hab ich so festgestellt. Gerne, wenn ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall, ihr seht schon, wenn ich eine Schichtstärke von 0,1 bis 0,2 Millimeter habe, dann kann ich da halt nicht wirklich die kleinsten Modelle mitdrucken, weil einfach die Auflösung relativ grob ist. Und deshalb kann ich euch hier nur sagen, wenn ihr euch so einen Drucker zulegt, könnt ihr wirklich hier große Teile, ja, also große Teile, die halt eine große Kontur und nicht so feine Verzwickungen und Verzwackungen haben, die könnt ihr hiermit wirklich super drucken. Ja, also ich verwende den Drucker hauptsächlich, ich zeige es euch mal, für so Teile hier, für meine Ladestationen, die habe ich mit dem Drucker gedruckt, ich habe hier so meine Weichenantriebe, die ich da mit druck, oder auch hier so einfache Halterungen, die halt jetzt ein bisschen mehr Dimensionen haben, wie einfach nur zwei Platten, aber halt trotzdem noch relativ einfach sind, die druck ich eigentlich mit dem Drucker hier. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ja, also große Komponente ohne Probleme. Und dann ist es halt auch so, ich komme jetzt mal mit einem Teil näher in die Kamera, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. Aufgrund der Auflösung von der Z-Achse, ja, von der Schichtstärke, ist es halt so, dass ihr bei diesen Objekten, da könnt ihr machen, was ihr wollt, habt ihr immer so eine kleine sichtbare Struktur von den einzelnen Schichten. Die kriegt ihr einfach nicht weg bei dem Drucker. Wenn ihr die dann weg haben wollt bei diesen Druckern, bleibt euch eigentlich nichts anderes erspart, wie dass ihr die Teile nachträgt, geschleift oder irgendwie spachtelt. Anders da geht es bei den Druckern nicht. Aber alles in allem, sage ich mal, für so Teile ist dieser Drucker wirklich wunderbar geeignet. Da hat er sogar eher seine Vorteile bei so großen Teilen. Weil wenn ich die halt in dem Resinedrucker drucke, der dann wirklich eine extrem feine Auflösung hat, dann braucht halt der Resinedrucker da ewig. Und da ist natürlich so ein Drucker dann wesentlich schneller. Wie sieht eigentlich die Druckqualität bei so einem Drucker aus? Wie gut kommen da meine Teile raus? Da muss ich wirklich sagen, die Druckqualität bei diesen Druckern ist halt extrem von der Druckgeschwindigkeit abhängig. Ich weiß, die Hersteller, die überbieten sich eigentlich mit der Druckgeschwindigkeit von den Teilen. Die hauen da teilweise Werte raus von 60 Millimeter die Sekunde und was weiß ich alles. Alles wunderbar. Das können die Drucker auch. Aber ihr müsst euch eins im Klaren sein. Wenn ihr euren Drucker mit so einer hohen Druckgeschwindigkeit betreibt, dann geht es immer zu Lasten der Druckqualität. Wollt ihr wirklich schöne, saubere Modelle haben, so wie die Teile hier oder das hier, dann müsst ihr extrem mit der Druckgeschwindigkeit nach unten. Wenn ich so Teile hier drucke, dann fahre ich eigentlich mit Druckgeschwindigkeiten von 15 bis 20 Millimeter die Sekunde. Wenn es große Teile sind, so wie das hier, wo ich dann innen drin eine Füllung drin habe, wo ich dann eine Füllstruktur drin habe, da gehe ich dann bei der Füllstruktur mit der Druckgeschwindigkeit nach oben. Weil ob jetzt die Füllstruktur da innen drin ganz sauber gedruckt wird oder nicht, ist mir dann ja egal. Aber wichtig ist halt, dass die Außenkontur sauber gedruckt wird. Und da fahre ich halt wirklich extrem niedrige Druckgeschwindigkeiten. Was eben halt dann aber wieder auch zu Lasten der Druckzeug geht. Die Teile brauchen dann halt auch extrem lange, bis sie aus dem Drucker fertig sind. Deshalb müsst ihr euch halt da bei dem Drucker immer überlegen, was will ich? Will ich ein sauberes Objekt? Dann muss ich mit der Druckgeschwindigkeit nach unten. Oder möchte ich wirklich das Tastesteil sehr schnell aus dem Drucker kommt, dann fahre ich halt mit der Druckgeschwindigkeit hoch, habe aber unter Umständen ein Modell, das nicht so schön aussieht und nicht so sauber ist, weil eben ich mit der Druckgeschwindigkeit hoch bin. Parallel hier dazu ist auch gleich mal die Frage, wie sieht das Ganze eigentlich mit der Wandstärke aus, mit der minimalen Wandstärke? Wie dünn kann ich da eigentlich so ein Teil machen? Dazu muss ich ganz klar sagen, eure minimale Wandstärke hängt halt einfach auch extrem ab, wie hoch eure Wand dann ist. Wie hoch oder wie weit steht dieses Teil hier raus? Wenn ich mir jetzt einfach mal diesen weichen Antrieb hier angucke, der ja, ich gucke mal nochmal, wie viel das genau ist, dass ich euch keine falschen Werte sage, der hat jetzt knapp 4 cm Höhe hier. Wenn ich sowas drucke, wobei ich das ja eh hier so flach gedruckt habe, aber würde ich so ein Teil jetzt so hoch drucken, dann, sage ich mal, dürfte hier einfach unter 2 mm eigentlich gar nicht gehen. Alles, was ihr kleiner macht wie 2 mm, werdet ihr irgendwann Probleme kriegen, dass das einfach sauber noch gedruckt werden kann, weil einfach das Teil dann einfach zu biegsam wird und das Teil einfach sich wegbiegt, wenn dann der Drucker kommt und hier die Schicht aufbauen will. Macht ihr nur eine relativ kurze Strecke, ja, sage ich mal, sagen wir mal einfach so viel hier, ja, wenn ich so ein Stück, so 5 mm oder so habe, die kann ich ohne Probleme 1 mm stark machen, die Wand. Ja, das kriegt der Drucker wunderbar hin. Ja, also ihr seht die Wand, die minimale Wandstärke, da gibt es keinen Wert, wo ich sage, macht das immer so und so, dann funktioniert das Ganze, sondern es hängt halt immer wieder ab, wie sieht mein Objekt aus. Da muss ich euch ganz ehrlich sagen, da müsst ihr einfach auch probieren. Manchmal hängt es einfach auch davon ab, wie platziere ich das ganze Teil hier auf meiner Druckplattform. Wie gesagt, wenn ich das Teil so gedrucke, kriege ich vielleicht schon mit 2 mm Probleme, lege ich das ganze Teil, kann ich das Teil ohne Probleme 1 mm stark machen. Also hier ist einfach auch, wie platziere ich so eine Komponente auf meiner Druckplattform, ist halt hier definitiv, ist das davon auch abhängig. Da ist einfach wirklich probieren, gehen über, studieren. Ich habe zum Beispiel auch mal ein Negativbeispiel für euch. Und zwar, ich weiß ja, ihr wartet alle hier auf den Umbau von dem Rettungswagen. Und ich bin im Hintergrund auch wirklich intensiv an den Vorbereitungen. Und es dauert wirklich nicht mehr lange, dann kommt das Video. Ich kann es euch bloß noch nicht sagen, wann es genau kommt. Jedenfalls habe ich mir für diesen Umbau hier ein Chassis konstruiert. Das Ganze soll dann später so aussehen. Das ist jetzt das Resinemodell. Das Ganze habe ich auch mal versucht, über den FDM-Drucker zu drucken. Und da ist dann sowas rausgekommen. Ich zeige es euch auch noch mal näher in der Kamera. Hier seht ihr jetzt noch mal den Unterschied zwischen den zwei Modellen. Hier habe ich jetzt wirklich so Stützen hier reingebaut. Die haben eine Wandstärke von einem Millimeter. Das war jetzt hier für den Resinemdrucker gar kein Problem. Hier für den FDM-Drucker, ihr seht das, das sieht jetzt nicht wirklich schön aus. Und die hier ist sogar schon weggebrochen. Die Rasternasen da unten, wenn ihr die hier seht, die habe ich hier überhaupt nicht hingekriegt. Genauso, ich kann das Teil hier nicht mal von der Stützstruktur runterlösen. Das verbricht mir sofort. Also hier seht ihr jetzt einfach auch mal den Unterschied zwischen Resinem und FDM. Und auch einfach mal ein Negativbeispiel, was jetzt beim Resinemdrucker geht und beim FDM-Drucker einfach nicht. Weil eben hier der Detaillierungsgrad einfach nicht fein genug ist. Oder die Auflösung von dem Drucker nicht fein genug ist. Was man definitiv sagen kann, also die Passgenauigkeit, die ist sowohl bei dem Drucker als auch bei diesem Drucker, bei dem Resinemdrucker, 1 zu 1 wirklich perfekt. Also top. Wenn wir einfach jetzt mal nachmessen, zum Beispiel hier meine Ladestation, die soll hier eine Wandstärke von 3 mm haben. Und wenn ich da jetzt mal mit dem Messschieber dran gehe, dann seht ihr, ich halte es auch nochmal in die Kamera, damit ihr das Ganze schön seht, ja, dann liegen wir hier bei dem Wert. Also das ist wirklich top, finde ich. Also besser geht es ja gar nicht mehr. Von daher kann man wirklich sagen, also die Passgenauigkeit, wie gut die Teile dann später passen, ist sowohl bei dem Drucker als auch, das werden wir gleich sehen, beim Resinemdrucker 1 zu 1 identisch. Dennoch, wenn ihr so Teile hier fertigt und was konstruiert, dann dürft ihr auf jeden Fall eins nicht machen, Teile auf Null-Toleranz konstruieren. Das wird nie funktionieren. Ja, wenn ihr sowas konstruiert, dann solltet ihr immer so ein Spiel in den Teilen, sag ich mal, von 0,05 bis 0,1 mm haben. Wenn ihr das berücksichtigt, dann habt ihr auch später bei der Passgenauigkeit, wenn ihr zwei Teile zusammenfügen wollt, Null Probleme. Ich meine, ihr seht ja hier, wie viele kleine Teile hier sind und es passt ja wirklich alles super hier. Auch hier diese Federn hier, ja, das passt ja wirklich alles super und das ist alles mit dem Filamentdrucker jetzt gedruckt. Also hier muss man wirklich sagen, Passgenauigkeit ist bei dem Drucker auch wirklich top oder bei dem Verfahren. Natürlich hängt das Ganze auch wieder von der Druckgeschwindigkeit und der Druckqualität ab. Ja, wenn ich halt hohe Druckgeschwindigkeiten fahre und meine Druckqualität nicht so besonders ist, dann wird auch meine Passgenauigkeit in die Knie gehen. Ist halt leider so. Kommen wir auch gleich zu dem Drucker hier. Und natürlich hier auch wieder als erstes Mal zur Druckqualität und zum Detaillierungsgrad. Genauso wie eben beim FDM-Drucker unterscheiden wir natürlich auch hier wieder bei der Auflösung der XY-Achse beziehungsweise der Z-Achse mit der Schichthöhe. Und hier muss ich sagen, sind die Hersteller wesentlich kommunikativer bezüglich der Auflösung der XY-Achse beziehungsweise da versuchen die sich momentan auch gerade irgendwie ein bisschen zu unterbieten. Die Auflösung der XY-Achse ist bei diesen Druckern in erster Linie abhängig davon, wie hoch euer Display in den Druckern ich zeige euch das mal. Ich nehme mal jetzt den Deckel ab. Ihr habt ja hier euren Resimetank, wo euer Resimetank später drin ist und hier unter dem Resimetank sitzt ja euer Display. Und da ist halt wirklich die Auflösung von der XY-Achse abhängig davon, wie hochauflösend ist einfach euer Display. Im Prinzip so wie bei einem Computermonitor oder bei einem Fernseher. Je mehr Bildpunkte euer Display hat, desto kleiner ist halt auch der Bildpunkt und desto höher ist halt auch die Auflösung von den Druckern. Natürlich ist auch da wieder die Größe des Displays entscheidend. Ich kann natürlich so ein großes 4K-Display haben, das hat dann eine wesentlich größere einzelne Pixel oder ich habe halt so ein kleines 4K-Display, da sind natürlich die Pixel wesentlich kleiner. Also deshalb ist hier bei den Druckern dann wirklich die Auflösung der XY-Achse maßgeblich von eurem Display abhängig. Und hier ist es so, dass wir momentan in der Regel haben wir hier Drucker, die haben eine Auflösung von 2K beziehungsweise 4K-Displays. Das ist jetzt der Lego Mars 3 Pro, der hat jetzt wirklich ein 4K-Display drin und da hat er eine Auflösung in der XY-Achse, jetzt muss ich auf meinen Spickzettel gucken, von 0,035 mm. Heißt also, alles was in dem Bereich ist oder alles was kleiner von dieser Auflösung ist, kann ich mir eigentlich schon sagen, das wird der nie darstellen können. Alles was größer ist, natürlich ohne Probleme. Mal so am Rande, es gibt mittlerweile auch den Mars 4, der hat dann ein 6K-Display, aber da ist im Prinzip die Bildauflösung oder die Bildpunktgröße nicht groß anders, da er eben ein größeres Display hat und dann quasi diese 2K zusätzlich gerade wieder kompensiert werden. Besonders oder ganz neu auf dem Markt ist jetzt hier der Photon Mono FM5S von Anycubic, der hat sage und schreibe ein 12K-Display drin, also wirklich riesig, wirklich brutal und die haben jetzt eine Auflösung von 0,019 Millimeter, also kann man sagen, fast die Hälfte, was der hier hat und ich habe schon gesehen, naja, Lego will Anfang Juni auch Neuheiten veröffentlichen und ich gebe euch Brief und Siegel, auch die bringen da einen 12K-Drucker raus, ich warte jetzt mal ab, garantiert. Aber alles in allem, ich denke mal, wäre das wirklich mal ein geiler Versuch wert, wie und was für einen Unterschied jetzt eigentlich hier dann so, das auf die Druckqualität hat. Muss ich mir mal überlegen, ob ich da nicht irgendwie mal was machen kann, ob ich mir denn doch mal so den Drucker dann zulegt. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr Modellbau betreibt, dann würde ich euch schon dazu raten, in diesen Pixelgrößen zu arbeiten. Ich hatte davor, bevor ich den hier mir geholt habe, einen normalen Lego-Maß, den ersten Lego-Maß gehabt, der hatte nur ein 1K-Display und da habe ich bei so ganz kleinen Teilen in der Regel immer Probleme gehabt, dass er die richtig gedruckt hat. Darum würde ich euch wirklich raten, wenn ihr Modellbau betreibt, dass er hier auf die 4K-Technik hochgeht. Gleiches gilt natürlich auch für die Z-Achse beziehungsweise für die Schichtstärke. Hier sind im Prinzip alle Drucker gleich. Alle Drucker, egal von welchem Hersteller, da ist es wirklich komplett egal, was ihr da für den Hersteller nehmt, die Auflösung von der Z-Achse beziehungsweise die Schichtstärke in dem Drucker, die liegt eigentlich immer zwischen 0,01 und 0,05 Millimeter. Natürlich geht da auch noch 0,06 0,07 und so weiter. Mehr geht natürlich da immer. Aber normalerweise bewegen wir uns hier in dem Bereich von 0,01 bis 0,05 Millimeter. Also ihr seht, das ist quasi gerade mal 10 oder minus also durch 10 Faktor FDM Drucker Faktor FDM Drucker durch 10 10 mal kleiner. Von daher ist natürlich auch hier der Detaillierungsgrad viel, viel höher. Deshalb würde ich euch auch immer raten, wenn ihr extrem feine Teile drucken wollt für eure Modellbahn, gerade was irgendwie Ausschmückungsteile angeht, sogar Figuren und so weiter, dann kommt ihr eigentlich hier auf so einen Drucker gar nicht mehr drum rum. Da habt ihr eigentlich gar keine andere Wahl wie so einen Drucker euch zuzulegen. Da eben halt die Drucker so eine feine Auflösung haben, haben die natürlich auch einen brutalen Detaillierungsgrad. Ich habe euch hier mal ein paar Teile, was ich so alles aus dem Drucker rausdruck, einfach mal hingelegt. Das ist natürlich zum einen hier meine Bahnsteigleuchte, die ich gemacht habe. Dann habe ich hier das Chassis von meinem Rettungswagen, das ich euch eben schon gezeigt habe. Ja, auch das hat halt wirklich extrem feine Teile oder extrem feine Konturen, wie ich euch auch hier nochmal im Bild darstellen kann. Schaut mal hier. Ja, also das ist wirklich extrem fein. Auch hier unten alles extrem fein. Ja, ohne Probleme mit dem Drucker herstellbar. Auch solche Möbelteile hier. Ja, ich lege sie einfach mal auf die Hand, halte sie mal so in die Kamera. Ja, also solche Möbelteile ist alles kein Problem. Sieht alles super aus und das ist alles jetzt mit einer Schichtstärke von 0,03 mm gedruckt. Und ja, ich muss schon wirklich sagen, also in der Regel kann man diese Schicht, die einzelnen Schichten gar nicht mehr erkennen. Ja, in der Kamera jetzt sowieso nicht, aber auch hier, sage ich mal, wenn ich das mir so angucke, also da brauche ich schon ein richtig großes Vergrößerungsglas, um dann hier die einzelnen Schichten noch zu erkennen. Genauso hier auch mein aktuelles Projekt, das ich noch in Arbeit habe, Lichtsignale aus dem 3D-Drucker, da wird es auch irgendwann mal ein Video dazu geben, das wird auch ein ganz spannendes Projekt. Die habe ich jetzt auch wirklich komplett aus dem 3D-Drucker gedruckt. Da blende ich euch jetzt nochmal ein kleines Video ein, wo ihr die Signale nochmal im Detail sehen könnt und da könnt ihr auch sehen, wie brutal hoch da der Detaillierungsgrad ist. auch hier nochmal, da halte ich jetzt mal so eine Münze daneben. hier könnt ihr nochmal sehen, ja auch das ist mit diesem 3D-Drucker gedruckt, das ist ein winziger Stern, so ein herrenhuter Stern und schaut mal, wie fein detailliert der ist und wie groß der ist. Der ist gerade mal noch 5 Millimeter groß und daneben ist so ein Centstück. Ja, da könnt ihr mal einfach, dass ihr mal so einen Größenvergleich habt, was mit diesem Drucker wirklich machbar ist. Hier kommen wir jetzt auch zum Beispiel gleich mal zu dem Thema minimale Wandstärke. Genau so wie beim FDM-Drucker ist natürlich auch bei diesen Teilen die minimale Wandstärke davon abhängig, wie lang euer Teil ist. Ja, also ich sag mal, ich habe jetzt heute relativ gute Erfahrungen gemacht bei minimalen Wandstärke von 0,3 bis 0,5 Millimeter. Ja, heißt also, wenn ich jetzt wirklich ein Teil mache, wie jetzt hier zum Beispiel das Stuhlbein hier, ja, ich komme nochmal näher in die Kamera, dieses Stuhlbein hat jetzt zum Beispiel eine minimale Wandstärke von 0,5 Millimeter. Das war jetzt hier ohne Probleme druckbar. Würde ich so ein Stuhlbein hier aus 0,3 Millimeter machen, bei dieser Länge hätte ich da definitiv Probleme. Also das funktioniert dann definitiv nicht. So ein langes Stuhlbein mit 0,3 Millimeter könnt ihr eigentlich vergessen. Anderser ist es hier bei meinem Stern. Ja, der hat jetzt hier relativ kleine Zacken. Und hier habe ich sogar in den Spitzen, ja, weil die gehen ja, die laufen ja so schräg, die laufen ja so schräg zu. Also die sind ja hinten dick und werden dann immer dünner. Und hier habe ich sogar am Ende eine Wandstärke von 0,015 Millimeter. Ja, und die sind halt extrem kurz und da ist es wirklich kein Problem. Also ihr seht, auch hier ist halt wieder immer die Wandstärke davon abhängig, was ihr machen wollt. Und hier, auch hier ist es halt wieder so, probieren geht einfach über studieren. Schauen wir uns einfach nochmal das Signal hier an. Da habe ich jetzt zum Beispiel die Signalplatte hier, wo jetzt komplett außenrum geschlossen ist, dann nochmal. Ja, ich zeige euch das auch nochmal hier im Bild. Wenn ihr hier guckt, das Teil hat hier außenrum einen dicken Rahmen und ist hier innen drin halt einfach dünn. Ja, mal, komm, so, also hier habt ihr einen dicken Rahmen außenrum und das Teil ist außenrum einfach dünn. Und da habe ich 0,03 Millimeter genommen. Ohne Probleme. Ja, also ihr seht, da kommt es halt wirklich immer wieder auf den Fall drauf an. Und da müsst ihr einfach probieren, was da geht. Und somit wären wir eigentlich bei der Passgenauigkeit schon wieder angekommen. Und hier ist es halt, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich blende euch jetzt die Werte auch dann nochmal oben im Bild ein. Wenn wir hier uns mal die Passgenauigkeit angucken, also wie gut kommt eigentlich das Zeug aus dem Drucker raus. Also wie groß ist eigentlich die Differenz zwischen dem, was ich konstruiert habe und was ich hier in den Handen halte. Und auch hier ist es wirklich so, wenn ich mir das angucke und sage, mein Signalmast, der soll jetzt hier eine Stärke von 1,5 Millimeter haben. Und jetzt halte ich einfach mal meinen Messschieber da hin und ihr seht 1,52. Also da brauche ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Ihr seht die Passgenauigkeit oder auch die Qualität, was aus dem Drucker rauskommt für die Passgenauigkeit. Weil das ist halt einfach mal die Grundvoraussetzung. Wie gut kommen meine Teile da raus? Wie genau stimmen die Maße eigentlich zwischen dem soll und dem ist gegenüber? Das ist ja eigentlich mal die Grundvoraussetzung für eine spätere Passgenauigkeit. Und die ist eigentlich auch hier wirklich brutal. Und auch hier gilt einfach, wenn ihr da eine Toleranz zwischen 0,05 und 0,1 Millimeter einhaltet, habt ihr da auch null Probleme damit. Das Zeug passt wirklich 1 zu 1. Ihr seht das hier. Das Signal ist wirklich aus vielen einzelnen Teilen zusammengesetzt. und schaut es euch an. Da passt wirklich alles perfekt. Und da ist genau das umgesetzt. Die 0,1 Millimeter Toleranz. Und da habt ihr keine Probleme mit. Also eine brutale Passgenauigkeit. Die Drucker sind wirklich top, wenn man überlegt, was die am Ende kosten. Wirklich top. Auf jeden Fall habe ich hier nochmal das Material. Ich halte es euch nochmal in die Kamera. Das ist jetzt wirklich dieses ABS-like Resin. Und das kann ich euch wirklich nur empfehlen für solche Teile. Weil eben dieses ABS-like Resin wesentlich biegsamer noch ist. Also das bricht nicht gleich, wenn man da mal dagegen kommt. Ihr seht, ich kann das noch ganz schön hin und her biegen und es bricht nicht gleich. Das ist halt wirklich ein wesentlicher Vorteil von diesem ABS-like Resin. Und deshalb kann ich euch das wirklich nur empfehlen. Ich habe euch auch mal einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Eine unschöne Sache, die diese Drucker mit sich bringt, die möchte ich einfach hier in dem Video nicht unerwähnt lassen. Wie ich euch vorhin schon mal gesagt habe, diese Resine haben alle so ein bisschen den Nachteil, dass die je nach Resinentyp mehr oder weniger ekelhaft riechen. Also richtig aufdringlich riechen und ich bin mir ziemlich sicher, der Geruch, wo die emittieren, ist nicht gerade gesundheitsfördernd. Aus diesem Grund kommt ihr hier bei den Druckern einfach um eine Schutzausrüstung nicht drumrum. Zum einen braucht ihr unbedingt solche Nitrilhandschuhe, weil das Resin darf einfach nicht an eure Haut kommen. Deshalb sind solche Handschuhe definitiv erforderlich dafür. Dann was auch zwingend erforderlich ist, ist so eine Maske, so eine Aktivfilter Maske, um einfach die ganzen Dämpfe wegzufiltern, damit ihr die nicht einatmen müsst. Das ist definitiv erforderlich bei diesen Druckern. Und was ihr auch nicht vergessen sollt, ist eine Schutzbrille. Gerade wenn ihr die Teile dann später reinigt und ihr das mit Isopropylalkohol reinigt, der Isopropylalkohol spritzt gerne mal und wenn euch sowas mal in eure Augen spritzt, das muss einfach nicht sein. Deshalb definitiv immer eine Schutzbrille dazu aufziehen. Die drei Teile, also diese Schutzausrüstung, die braucht ihr auf jeden Fall. Dann ist es bei den Teilen auch so, dass es mit dem Drucker allein nicht getan ist. Also es reicht nicht, wenn ihr euch das Resin braucht noch eine ganze Litanei an Equipment außenrum. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal, was ihr da braucht. Das ist zum Heiden natürlich der Isopropylalkohol. Dann braucht ihr noch jede Menge Schachteln, so Gefäße, da gehen so normale Gefrierboxen reichen da vollkommen aus, aber die braucht ihr halt eben. braucht ihr dann später für die Reinigung, wo ihr quasi den Isopropylalkohol reinfüllen könnt. Und was dann auch noch mal dazu kommt, eine zweite Schale, damit ihr das Ganze nochmal in der Seifenlauge nachspülen könnt. Die Sachen braucht ihr definitiv. Ihr braucht auch spätestens wenn ihr mehr wie einmal macht, braucht ihr so einen Sieb mit einem kleinen Trichter, um eben später das nicht benötigte Resinen, was noch im Tank ist, wieder in die Flasche zurück füllen zu können. Ich weiß, bei den Druckern sind meistens auch solche Papierfilter dabei. Aber jeder, der einmal mit so einem Filter gearbeitet hat, wird spätestens beim zweiten Mal sagen, vergesse es, ich schaffe mir hier so ein Sieb an. Weil das ist wesentlich eleganter und wesentlich einfacher wie die doofen Papierfilter. Deshalb auch das braucht ihr. Und ganz zum Schluss natürlich noch ein Gerät zum Nachhärten. Weil alle Teile, die hier gedruckt werden, wenn die fertig sind und gereinigt sind, dann müssen die noch nachträglich nachgehärtet werden. Und hier braucht ihr einfach ein Nachhärtungsgerät. Es gibt natürlich von den Herstellern so riesengroße Nachhärtungsgeräte. Aber ehrlich unsere kleinen Teile hier, wenn ich sowas hier habe, das ist ja schon was größeres, wenn ich das dann in das riesen Nachhärtungsgerät reinstelle, das verliert sich da drin ja. Deshalb braucht ihr euch sowas für unsere Zwecke eigentlich gar nicht unbedingt anzuschaffen. In der Regel reicht es bei uns, wenn man hier so ein kleines UV-Aushärtungsgerät aus dem Nagelstudio für Leute, die Nägel mit so speziellen Sachen lackieren und so weiter, die haben das ja einfach gerne mal das Zeug danach zu härten oder auszuhärten. Ja, das reicht euch da vollkommen aus, es kostet auch nicht viel und erfüllt definitiv seinen Zweck. Auch da habe ich euch mal einen Link in die Videobeschreibung gestellt. Aber halt, es ist ein zusätzliches Teil und es sind zusätzliche Kosten, die euch einfach entstehen zu dem Drucker hier. Und ihr seht, es ist schon eine ganze Literei an Equipment, was ich hier brauche, zusätzlich zu dem Drucker. Und dann zum Schluss auch noch ganz wichtig, die gebrauchte Reinigungsflüssigkeit, wo also quasi das Restresin dann drin ist, das ist definitiv Sondermüll. Das darf nicht in den Wasserorganismus gelangen, weil es höchst giftig ist und das müsst ihr eben regelmäßig bei eurem Abfallentsorger, beim Sondermüll entsorgen. Auch das sollte euch einfach bewusst sein, wenn ihr mit so einem Drucker arbeitet. Ich weiß, es gibt mittlerweile auch die sogenannten Water Washable Resine, wo angepriesen werden, ich brauche dann kein Isopropyl mehr, das kann ich alles mit Wasser machen. Aber auch hier ist es so, das Wasser, das ihr dann von der Reinigung übrig habt. Auch das ist Sondermüll. Das darf nicht in das normale Abwassersystem gelangen. Also von daher ist es eigentlich gekupst wie gesprungen, was ihr macht. Und ehrlich gesagt, ich habe mit diesen Water Washable Resinen gerade bei unseren kleinen Teilen bisher noch keine guten Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht warum, ob es an Resinen liegt oder was an den Zusatzstoffen die da drin sind. Es normalen Resinen. Deshalb verwende ich die gar nicht mehr und gehe immer hier auf diese normalen Resinen und mittlerweile auf dieses ABS Resinen. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Videos wieder angelangt. Abschließend kann man sagen, selbstverständlich sind die 3D-Drucker für den Modellbau oder den Modellbahnen geeignet. Ich sage immer, alles was unter der Anlage ist, alles was Halterungen und Antriebe ist, das stelle ich hier auf meinem Filament Drucker her und alles was auf die Anlage kommt, was Modelle sind und so weiter, das wird im Resinedrucker hergestellt. So ist eigentlich mein Devise. Wie immer hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne wieder den Daumen nach oben. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei euch fürs Zusehen und Zuhören. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare ob ihr zukünftig mehr Videos von mir bezüglich 3D-Druck im Modellbahnbereich beziehungsweise im Modellbaubereich sehen möchtet. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis Bis T